Hallo ihr Lieben, jetzt habe ich gerade geguckt, was ich letzte Woche oder wenn das war, wenn ich das Video gemacht habe und habe gesehen, dass ich habe ja schon die Juli 24 Glossybox. Ich war total durcheinander. Das letzte Video von Glossybox war Mysterybox und das war von Norwegen glaube ich, das heißt ja nordisch, kann es sein, in Skandinavien halt irgendwie. Jetzt habe ich aber die Charmybox und das müsste jetzt für Juli, August glaube ich sein. Das kommt alle zwei Monate und jedes Mal kommt das Buch, das ist schwer heute. Heute kommt das auch wieder in der Schwarzen, das ist immer schwarz, außer wenn man eine bestimmte Buchs um Weihnachten möchte, dann ist sie weiß. Okay, fangen wir mal an. Wir haben immer gute Marken und teure Marken und nicht so viel Plastik wie die meisten anderen Buchsen. Aha, immer schön, immer ein Bild mit deiner Katze Tarno. Ich würde auch nicht mal eine Karte, aber heute bin ich nett zu mir. Ach, wie süß. Das kann man ja auch schön in einen nahen Mal machen. Das habe ich schon gemacht, bis ich zufass. Okay, und dann hier sind dann noch die Preise drin von den Produkten. Okay, fange ich mal an. Schön eingepackt, wie immer. Ein Glas gibt es jetzt und das ist von Ölfaktorisch. Oh, guck mal. Lavende, Wasser und Alkohol. Ach, ich liebe eine Valende. Okay. Die Anwendung zur Gesichts- und Körperpflege. Auch die bedürftige Hautspülen. Aber super. So, warte mal meine Schnuffel dran. Meine Schnuffel. Ich habe vergessen, ich habe den Ventilator an. Das riecht so gut. So, da freue ich mich. Das freut mich echt. Mal wenden. Oh, das ist schwer. Oh, ach ja. Hm. Das kenne ich. Da habe ich schon verschiedene davon bekommen. Von Nature Blossom. Und habe ich das schon bekommen? Mal gucken. Es gibt ja einige von diesen. Und Vanilla ist natürlich auch toll. Aber ich glaube, ich habe das schon nicht. Ich habe das überhalten. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Aber ich glaube, das heißt, es ist hundertprozentig. Ich habe einen. Natürlich ist es. Hundertprozentig. Das wusste ich nicht. Okay. So sehen Sie. Sie sehen es ja. Es wird schön ankommen. Glas. Ding, ding, ding. Okay. Jetzt habe ich Lavendel auf einer Hand. Jetzt mache ich Vanilla. Vanilla. Auch die Hand. Kann ich das nachher? Mh. Das riecht nicht nach Vanille. Mh. Das riecht nicht nach Vanille. Bisschen vielleicht. Hm. Komisch. Also ich bin in dieses Video noch nach Vanille. Da bin ich. Na ja. Wird sich vielleicht jemand anders drin. Ich glaube, ich habe das. Dann eine Kugel. Ja, da habe ich auch schon. Lemon Bodycreme. Lemon. Feel free. Ja, das ist die Monique. Feel free. Da habe ich schon öfter was bekommen. Auch da habe ich schon was für die Düse. Ja, Bodycreme. Ein bisschen klein, aber für. Wenn man relativ ist es ideal. Und dann gibt es nochmal eine Flasche, das ist ein Shampoo und ein Duschgel, das gibt es so bei den Männern öfters, dass die da fürs Duschgel verkörpern, heißt dann für Haare und ich finde das eigentlich nicht so gut, ne, ich finde das ist nicht gut für die Haare, die sehen auch nicht so cool aus hinterher. Citrus und Thymian, frischend und vitalisierend, für jeden Haut- und Haartyp geeignet, ok, von wem ist das, ok, das war, ich sag das nicht, weil ich es nicht aussprechen kann, hm, 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 es blendet, oh ja, da riecht man Zitronen und Thymian. Oh, very, ne, very vase, ok, hab ich noch nie was davon gehört, wo wir tun das her, das Naturkosmetik ist in Deutschland, oh, ok, interessante Farbe, ist auch noch nicht schön, oh, guck dran, interessante Farbe, ne. Schwarz, ach, blöd, also wirklich, heißen, 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 das steht, das steht nicht so, das ist schmutzig, oh ja, war ganz cremig. Was ist das auch nicht so gut für die Haare hier, ich meinst, ja, ich mein, das ist gut für die Haare, ich mach das mal so gut. An den oberen, auf die oberen, äh, in den oberen, äh, in den oberen, in den oberen, äh, in den oberen, in den oberen, äh, in den oberen Haaren. 14,99 € für das kleine Ding, da ist es nicht mal so groß, 15 € für das, wow, dann ist es das für 200ml, das kostet 15, also 14,90 €, auch nochmal 15 €, nochmal 30 € für die zwei Produkte und ich glaube, es ist halt 23, so was, alle zwei Monate, bin ich ganz sicher, aber mir gefällt die Box wirklich gut, was ist das nächste, hier heißt es 14,95 € für das Platinum, aber ich weiß, wenn ich es in den anderen Boxen bekomme, es heißt 9,95 €, aber naja, die Preise sind ja überall höher gegangen und dann die kleine Body Cream, die ist billig, die kostet 2,39 €, das Lavendelwasser, auch nicht so wenig, das ist gut für 12,000 ml sind das, für 50 ml, also ja, ja, und dann gibt es dann noch, wenn du Bestellungen machst, dann heißt es noch 10 % oder 15 % billiger, wenn du was bestellst, okay, so, die Preise habe ich ja jetzt unterm Hut, ja, was sage ich, was denke ich, ähm, nicht schlecht, also besonders freue ich mich über das hier, ähm, wie ist es hier, erst einmal mag ich den Geruch nicht, und ich mag es nicht, dass es für Haar und Körper ist, ich werde das wahrscheinlich verschenken, ist vielleicht, ich meine, für das Geld und alles, und ist ja sehr, sehr natürlich, das kann toll wirken, aber ja, ich habe andere Sachen, und eben das hier, ja, es riecht nach Vanille, aber irgendwas anders, es riecht wirklich nach Vanille, aber da hat es irgendwas zu einem anderen, steht da was drauf, was es für eine Note hat, ähm, Vanille, Kokosnuss, das riecht man ja, und Sandelholz, okay, das ist das Sandelholz, das macht es ein bisschen, ja, kräftiger, finde ich, also Vanille und Kokosnuss, das riecht man auf jeden Fall auf, aber nicht schlecht, ne, zertifizierte Naturkosmetik, vegane Formen und natürliche Inhaltsstoffe, ne, gut, so, dann machen wir Schluss, mit diesem Video, und wenn es euch gefallen hat, bitte, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann bitte tut es zurück, würde mich sehr freuen, und ein Daumen hoch, würde mich auch sehr, sehr freuen, also bis zum nächsten Video, tschüss.